ARD Text im Auftrag von Funk So, äh, Party noch mal aufmachen, wo wir jetzt hier haben. Jupp. Ich glaube, es ist ja 30 Uhr, also wie lange ich brauche, warte mal. Jupp, na, na, da hab ich. Ja, 1 Stunde 20. Gut ausbrechen, würde ich sagen. Also. So, Thomas. Ich hab dich eingeladen. Ja. Vor allem seit 3, Junge. Entschuldigung. Wir machen auch schon eine Stunde. Weißt du, selber verdient gegen den Scheiß, äh, Cut that Black, ey. Oh, die Autoraten sind doch tropfer. Mann. Ich hab dir gut Schaden gemacht, ich hab dir mit dem Black Schiller gedacht. Äh, bist du da? Bei mir nicht. Nee, bei mir nicht. Man geht nicht. Da war schon ein Party drin. Oder? Ich, ich hab dich eingeladen. Ich hab angenommen. Aber, huch. Eigentlich. Ich lief nur über die Gruppe, persönlich, so. Ich bin draußen auf jeden Fall. Hier steht auch nur an, an, an eigentlich vielleicht die Gruppe name? Naja. Ja, stand mir, glaube ich, auch schon da. Channel left. Friends. Äh. Äh. Invite to Channel. Ja. Bring mir ja nix. Ich sehe den Namen halt auch gar nicht mehr. Party. Kann ich schon nochmal inwiten? Ich kann inwite zum Channel machen, aber... Ja, inwite to Party. Hast du was bekommen? Hm. Hm. Ah, ah. Was doch schlimmer gemacht hat vorher schon, oder? Ja, scheinbar. Hm. Hm. Ja, dann ohne. Geil. Let's go. Hm. Ja. Wissen wir wohl. Gut. Äh. Ja. Dann zeig mal wo lang. Ich hab zwar, glaube ich, den Ventilator schon einmal gesehen, wo man da raus kann, aber... Weiß jetzt auch nicht ausfällig. Ich weiß jetzt auch nicht ausfällig. Einen gesehen, der hier drüben ist auch. Okay. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Yo! Ich hab's reingehüpft, ey! Ja. Scheiße. So, damit voran. Das wär's gewesen. Ja. Hm. So, schlafen wir schon. Da. Ist das? Ja. So, im Anlauf wieder. Dann hier drauf stellen. Ui. Und. Okay. So, dann, wartet ihr kommt, die Öffnung. Vielleicht ein bisschen durch nicht, sonst wird es quetscht werden. Ich weiß es nicht. Aber wir werden einfach gleichzeitig durch. Hm. Mal schauen. Das klappt aus. Jetzt durch. Und durch. Jupp. Ich kann grad irgendwie nicht laufen. Den deck grad irgendwie. Eure Taschenabahn? Übrigens sind Nico hier, ne? Ah. Ich kann übrigens keine Taschenabahn machen, ja. Was, warum nicht? Keine Ahnung, geht nicht. Tee, geht nicht. Keine Chance. Das ist schlecht. Jojo, hell, was steht da? Kann ich lesen. So war's. Was? Ich bin jetzt so besser? Mh. 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 Party, ich guck mal schon. Ich wollte Party beitreten. Das nervt. K. 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 Okay, äh, ich guck einfach mal hier. Ich leuchte den Weg, nein. Er scheint nix zu sein. Äh? Ja, dachte ich mir anfangs auch, war auch manchmal interessiert. Äh? Stehst du mir auch davor. Ach, oh mein Gott. Alles gut. Äh, so. Da warst du mir gerade um die Klasche rum. Weiß ich auch noch schon. Wohin auch du dich gedrückt hast. Hilfe! Oh nein, dann ist der Sauberzweck, oder? War ich schon bei mir nicht. Wo bin ich bei dir gerade? Ich will mich nicht rückwärts runterlaufen. Äh, du schwebst an einem Stein so halb. Ja, du bist hier reingeklebt. Machst du mal nach links? Oh nein. Unter mir ist die Tiefe des Todes. Ja. Ich kann nichts machen. Ich, 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 ich bin lange auf einmal, auf einmal, bevor wir stehen. Ich hab nämlich da hinten geklitscht, immer weiter, durch die Rücken zu laufen quasi. Ah, ich komm mir rausfordern. Ich muss kurz, äh, folgenden machen. Äh, Emotes. Actions. Äh. Oder sollen wir uns das mal hinsetzen oder irgendetwas? Emote. Oh. Oh. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab keine Emotes machen, aber ich bin auch nur superiert. Ja, das geht. Okay. Dann geh ich bloß mal vor. Dann drücken wir mal Feuer ein, dann schwingen Licht. Ja. Weil ich se davon nämlich nix mehr dann. Oh, das ist aber echt krass, dass du gerne einen Taschnapper hast. Ja. Vielleicht einloggen geht auch nicht, oder? Danke. Was denn? Ja, aber du siehst ja nichts, das ist doch scheiße. Wir sind ja nicht besser, das ist ja durchgedunkel und wir müssen so aufteilen und suchen und so. Also du musst einen Taschnapper haben. Das ist ein Britas hier nicht. Dann lass uns nen neuen Server joinen. Verstecker. Ja, rüberjumpen? Nee, noch nicht. Uff. Schon mal echt cool gemacht, ja. Mhm. Mal spart, ob wir da rauskommen. Oh ja. Wir bringen uns zwar nix, wenn wir dann, naja. Es ist nur, wir bringen uns halt um die Sand abzusetzen. Und wir haben keinen Bock auf meinen hat, ey. Ja, das stimmt. Aber danach müssen wir dann doch sich töten und dann einfach nochmal auslaufen. Jetzt hat man noch ne dritte Person oder ne weitere halt, die auch so halt was. Und das haben wir gerade leider nicht so. Und dann haben alle ne Comcast und müssen nur noch ein Weg bekommen. Und dann müssen wir Geld ausgeben, um das irgendwie zu machen. Äh. Muss man wirklich da runter? Äh. Nee, warte mal. Äh. Hier ist sehr viel mit low-quality jumps. Und die gucken ein bisschen da rüber. Ist ja da drüber in den Vorsprung, wo die Wurzeln sind. Da müssen wir hin. Äh. Ach, da. Ah, okay. Es ist hier sehr viel. Du musst auch mitdenken, dass du halt weit verspringen kannst. Das stimmt. Äh. Spring du mal vor am besten. Oh Gott. Ja, ist geil. Wird doch ganz runterfallen. Ja. Oh shit. Und tschüss. Hab's überlebt. Kann schauen los. So die Wand lang den ganzen. Ja komm runter. Ganz runter. Ja. Aber an der Wand langsleiten, wenn es geht. Oder bist du wohl da zu Schneebene gelandet. Hallo da und, und oben. Ah, jo. Hi. Dann komm runter, oder? Dann mal gleich. Jo. Ja. Ich hab' keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich hab' keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich war doch schon weiter. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten. So gefühlt. Und alle führen ins, äh, nirgendwo und bin nicht richtig gefühlt. Mhm. Aber kann ja auch links. Aber kann ja links runter, oder halt dem Licht folgen? Ja, nicht voll. Jo. Jo. Wird schon stimmen. Dann geht's hier. Ich bin lang. Oh mein Gott, alter. Ich... Oh, das kenn ich ja doch. Äh. Ach du Heiliger. Ja. Jo. 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 Ach, das gekau mal analytics, fack ab. Ne. Fall wursch bei so schnell ab, immer. cesal immer. Wo du scheitest auch. So später noch merken. Na komm. Ah, Da ist irgendwas eingezeichnet. Ein trauriges Face, oder? Ist ein.. Ja. Das Todeszeichen. Bei X als Augen und Und... Ah, der guckt... Du Freund recorden her. Hm... Äh, ich würd sagen Richtung Licht wieder, oder? Oh, da kommen wir her. Oh, oh. Oh, äh. Nicht stacken. Alter, ich hab auf dich hinzustellen. Äh, lass mal auf den Tisch laufen. Aber, ich kann behaupten, hier waren wir eben gerade schon. Nee, hier geht's ja rüber. Äh. Äh, aber wie kommen wir denn weiter? Das geht auch hier, Alter, unenträglich. Ich stacken, oder? Uff. Ey. Wie zieh da? Na komm. Ich kann aber dich hinlegen mit X, ne? Ja. Komm mal hier durch. Nee, komm mal nicht. Ich muss genau ausstehen. Das geht nicht. Ich bin nicht aufgestanden. Hilfe, wo bin ich, Liko? Äh, ich weiß nicht. Ich bin nur zurück. Okay, alles geht's. Alles gut, alles gut. Oh mein Gott, ey. Boah, warum das so rum, Alter? Und diese Standbilder, die ich hier habe, teilweise. Richtig Abfahrt gerade. Ja, mittlerweile bist du auch irgendwann mal wieder. Äh, wir kommen mal hier weiter. Hm. Also, wenn wir da unten falsch sind, die können nicht runterfallen dürfen. Und dann mal von neu starten müssen. Das weiß ich halt nicht. Hier ist doch hier falsch. Hier runter sind wir gegangen, oder wie? Äh, Liko, hier bei mir. Nee. Nee. Und die kamen wir auch runter, oder? Ich bin gerade eben hochgezahlt. Ja, nee. Ja, von da kamen wir. Hier geht's lang zum Beispiel. Also, du könntest mal. Von da kamen wir. Also, am Anfang. Nee. Doch. Guck hoch. Nee. Also, ich weiß safe, dass wir von da, wo du eben reinwollt. Nein, ja. Von da einmal kamen. Ja, klar, aber das war ein Rundweg. Und hier kamen wir ganz am Anfang her. Aber wir sind runtergejumpt. Oh, cool. Dann sind das alles Rundwege. Ja. Äh, aber ein Rundweg muss auch irgendwo einen Ausgang haben, dass es kein Blinder geben. Oder es ist auch nur zum Flavieren. Und man ist hier echt gefangen. Weil ich das weiß, kommt man hier aber weiter tatsächlich. Das ist ein Scheiß-Rundweg. Hm. Ich weiß noch nicht, warum. Wir können ja mal testen. Äh, geh du mal hier irgendwo lang. Also, gut, letztendlich musst du ja da runterspringen. Und ich gehe hier den anderen Weg. Das war ja, äh... Ich hab einen Schaden bekommen. Ja, der? Ich bin da rüber. Nee, nicht der da. Ich bin echt gerade stuck, Alter. Wow. Ich will nicht runterspringen. Hi, Nico. Wollte ich nicht rüber. Hi. Ich weiß, was lang geht, glaube ich. Ich muss irgendwie das langbacken. Man kann ja irgendwie nicht langlaufen. Es ist leider nur durch die Gegend. Äh... Ja, runter, die hoch. Also, Smiley. Mann, raus, ja. Ah, ja, schon. Ich steuere der gerade, Alter. Tierisch. So, äh... So, äh... So, äh... So, äh... So, äh... So, dann... Zeig mal. Ich glaube, links oder geradeaus? Ich will so sagen. Ich glaube eher links. Wie mit steilen und nach links. Aber ich komme nicht in den Strip, aber ist das... Äh, ne? Oh, jetzt komme ich hier rein. Oh, hier sind wir nämlich schon nicht ran. Das stimmt. Rechts, Zack, hast du? Naja, links. Äh, ist nix. Links oder rechts? Ja, rechts geht. Rechts würde gehen. Aber da verlinkt es doch. Ich guck mal links. Äh, Sackgasse. Ich glaube, das ist viel größer bei dem, Nico, ne? Sauerstoff, 82%. Aber hey, schon gern. Ja, reicht noch. Äh, auch hier. Na, ich weiß, was du... Hier hast du auch was aufgewertet und jetzt den Sauerstoff verweckt. Okay. Ah, hier hoch? Ich komme doch locker hoch, Alter. Püff. Boing. Oh. Boing. Oh, yo. Du schaffst mich wieder runter, danke. Ja, du lässt doch auch um mich rein. Aber ich komme von unten hoch, oder was? Oh nein, schaut! Warum läuft der da auch schon weiter runter? Ich will... Ich will... Auf einmal wieder gedrückt, den jumpt ja komplett runter, der Idiot. Dann kann da geklebt und lustig werden, Alter. Äh, ne, es geht nicht, Nico. Bisschen geradeaus, warte. Oder rechts. Ich weiß nicht genau, ob rechts oder geradeaus. Okay. Ich guck mal links, also guck, es sieht geradeaus. Die ist richtig. Ich habe mich einfach nicht runterfallen dürfen. Das wäre besser gewesen. Boing. Apropos da, äh... Ne, da runter wollen wir jetzt nicht, Nico. Alter, ja, genau. Ich hab... Ich bin da, an der Ecke. Angesetzt und, ja, was leidet am... Das leidet komplett drüber. Ja, das... Das ist mit Absicht eigentlich so. Ey, ich würde sagen, ein bisschen rüberjumpen. Jetzt im grünen Licht. Gut, John, let's try. Nein! Ich bin da hängen geblieben. Das ist auch witzig, Alter. Wie du? Mhm. Wollte ich dich wegschopfen? Nee. Das war ein lower jump. Aber knapp. Hä, was ist der fuck? Hallo? Okay, dann mach halt... Bist du bitte mal... Äh, hocke ich jetzt? Oder was ist hier los? Ich hoffe mal. So, einfach draufschopfen. Ich will nicht die Kletter-Animation haben, bin ich für den Arsch. Oh, oh. Hi. Hi. Echt scheiße gemacht, Alter. Ich guck erstmal hier durch. Was hier so wäre. So, halt. Das, das, ach so, das war das. Hab' ich geschafft. Hä, man kommt ja nicht drauf, wenn man... Nee, man darf ja nicht hin, Nico. Das ist nicht richtig. Und wo kamen wir denn gerade? Oh, Leute. Hallo, oder? Von, ich glaube, da vorne. Irgendwo. Vielleicht müssen wir hier runter. Oder hinter uns lang. Guck dich doch mal. Ja, wobei, das wirkte so wie der Weg, wie eigentlich... Sackgasse. Dann... Oder? Oder wo ist was hier? Dann da runter. Äh, die Korps? Ja. Bei mir. Selbst bei mir. Okay. An, an, an rechts lang. Ich schreit gerade raus. Ich schreit gerade raus. Ach da. Ja. Ist mein Name nicht, oder wie? Ja, doch. Ich dachte, du wärst da hingegangen. Und jetzt noch? Ich weiß ja auch nicht. Der Buch scheint's wohl nicht... Ja, erst mal weiter. Nee, nicht wirklich zu. Gehen. Äh... Ja, ich würde nur was probieren. Da liegt die hoch, wahrscheinlich. Ich weiß, wie weit er geht. Ähm, guck doch einfach mal. Guck mal, ob du siehst. Okay. Ja. Ich gucke mal da hoch. Ja, es geht. Ah. Äh, Diko? Ja. Äh. What? Loll? Äh, Loll? Äh, Loll? Ähm, ja, das wollte ich jetzt, wo wir lang müssen, ne? Hm, ist ja doof. Vermutlich. Äh, ja, dann lass dir mal vorlaufen, oder? Weil... Äh, wie sind sie hochgekommen, Diko? Ja. Da zu ihm jumpen. Ja, okay, ich weiß, ist bloß, was ich schon gemacht hast. Ihr lasst mir mal vorlaufen, und ich gucke mal, ich will aneinanderlaufen, weil der spoiler den ganzen Weg. Und der schallt kennt er das schon. Ist ja... Ich dachte so, hä, guck, da ist... Was ist da von Licht, ey? So voll Panikbekommen, so, was ist los? Und ich dachte so, hä, wieso stehst du unten zweimal? Oh, Gott. So, ich hoffe, der spoiler hat uns jetzt sich aus dem Weg, ey. Hm, ja gut, der wird erst mal vor uns weglaufen. So. Möchtest du eine Knarre? Schade. Also, ich töt' mich so. Ja, eigentlich, dachte ich... Aber es ist eine No-Weapon-Zone, deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass man so vielleicht zücken könnte, aber naja. So. Und jetzt so? Tja, guck mal dies. Jetzt rechts oder links lang? Hm. Nein, ich wollte ihn nicht runter. Nein. Nein. Alter. Ey, Nico? Jo. Das ist der Anfang? Leute, das ist der Anfang! Das ist so, ja. Wow. Ja, das ist der falsche Weg. Du weißt ja, wo es lang geht. Warte ich auf dich. Alter. Oh, Gott. Ja, viel Spaß. Das wird damals... Guck mal, wir wären einfach so gewesen, wir hätten einfach den Job geschafft, ey. Der Ersten. Oh, nee, ey. Ich runde da, glaube ich. Okay, so. Hallo. Hallöchen. So, wo darf ich nicht runter springen? Lauf mal erst links lang und spring mal runter. Lass es vorgehen. Ich vertraue dir nochmal, ja. Gut. Äh, da laufe ich mal nicht lang. Das sieht nämlich aus, als würde man zumindest da weit runter gehen. Ähm. Nico, komm mal trotzdem her, komm doch, komm mal her. Und wenn du richtig hinguckst, wie der, dieser Leiche hier ist, die wurde tatsächlich von so einer Wurzel aufgespießt. Nicht schlecht zu erkennen, aber... Okay, leid. Gleich finden wir das noch heraus. Äh, ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich schon. Also, wahrscheinlich sehen wir das noch vom Namen. Achso, sollst du vorgehen? Ja, da mal. Geht du mal vor. Nur 32% Luft. Äh, 61. Äh, 61. So. Spannend. Wollt ihr es hier ausschaffen? Hm. Bisher geht es ja eigentlich so gut. Ja. Du sollst über den nachher die Steuerung hier, ne? Ja. Ja, komm. Oh. Ja, das war doch ein bisschen langsam laufen. Muss mal rutschrauben, die Geschwindigkeit. Ja. Wollt auch rüberspringen. Wissen wir. Und, und ist wahrscheinlich tot. Ja, oder einen weiten Weg nach oben suchen. Oder vielleicht die Geschwindigkeit wieder hochschrauben oder rüberjompen? Oder? Ich gehe mal weg. Ich schraube es mal nach rechts. Ich schraube es mal nach rechts. Okay. Warte, hier ist noch was. Wie geht es weiter? Mhm. Dann komme ich. Ist drüben auch falsch. Ich bin mir nicht sicher. Oh, hier ist ein rotes Licht. Ja gut, dann lass hier weiterlaufen. Lol. Oh, lol. Ja, hier ist nicht richtig. Äh, der Typ hat es probiert. Lol. Gehst du die Hand? Was? Ja. Gut. Du hast verkackt, Junge. Hier ist falsch. Er wird's auch rüberjompen. Dann gehst du vor. Wenn du hier durchkommst. Mhm. Aber von wo am besten? Von... Und hier und dann rüber. Ah. Also mal weiter, schon weiter, aber so geht's. So, ich kann was vorbeidern, Nico. Aber hier war auch was weiter. Und ich weiß ab jetzt nicht mehr, wo es weiter angeht. Also wo es vorher nicht mehr... Also jetzt gehen wir doch hier verschiedene zusammenlaufen. Aber er hat es nicht geschafft, hier weiterzukommen. Äh, lol. Äh, Alter, übrigens, ging auch. Hier steht so ein Typ hinter uns. Na, schrecken vor. Was? Oder ist einfach auch der Typ gespawnt? Ich will ja jetzt kurz sagen. War doch ein Typ gerade hinter dir. Ich hatte das in die Richtung noch kennen. Nee. Doch. Ich schwör dir. War ein Typ hinter dir. Nee. Doch. Also ich will erst mal sagen, da rüber. Zu der Metallplatte. Oder ganz unten ist wieder der Typ wieder tot. Oh, oh, oh. Alter. Nico? Ich hasse es. Der hat einfach gejumpt, ne? Nee, der ist einfach schnell gelaufen. Einfach so. Irgendwie ein bisschen gejumpt. Ja, bei ihm ein bisschen gejumpt. Und dann zack. Ja, ich lebe noch. Aber, oh Gott. Das Ding ist, ich warte, ich gucke jetzt mal hier oben, Nico. Weil ich weiß nicht, wie, ich finde es gut, wenn du nach oben schaust. Über mir ist das für andere Spieler. LOL. Cheater. Hey, da hat man ihn kurz gesehen. Da ist gerade rüber gesprungen. Keine Ahnung, ob ich hier durch. Warte nicht, wenn man von hier aus weiterkommt. Alter. Vielleicht müssen wir ja auch hier runter. Oh mein Gott. Ja, okay, lau einfach hier runter. Hallo, Nico. Zwei, 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 drei, zwei. Ja, bei mir auch nicht. Wir müssen aufpassen, wir können den Typen aus von Nahem mal anschauen. Ich brauche drauf. Aber wir müssen aufpassen, dass ich nicht runterkletsche und da hätte der Motor fallen. Und das ist ein Mensch, tot. Ja, und cool. Hier wird er ja safe sein, eigentlich. Ui. Ja, oder? Ja, hier wird er safe sein. So ein bisschen wie die GTA 5 Steuerung. Ja, Mann! Die Leute machen das, was man nicht möchte. Ja, weil die die Animation immer noch zu Ende machen und dann natürlich weiterlaufen. Das ist echt scheiße. Oder hier auch halt manchmal einfach verdammt und so. Es ist... Ja, ist absolut schrecklich. Also normal SC rumlaufen ist okay, aber hier bei sowas... Speziell... Alter, pack dich hier nicht runter. Oh! Ja, die Typen haben wir verkackt, ne? Wir sind tot. Ja. Ich kann nicht vernehmen, dass Mining Tool klar. Das ist sogar auswählbar, Leute. Vielleicht brauchen wir das ja an die... Leute, brauchen wir vielleicht das Mining Tool? Muss ich da oben oben was ausschneiden oder so? Bei dem Eisenzeug. Können wir das nicht nehmen? Warte, ich bin mir das gerade mal. Ich kann nicht jumpen. Warte ich nicht jumpen? Ja. Uff, ich möchte eigentlich nicht hier... Oh, ich mache mich gerade durch die Gegend. Hilfe! Äh, äh, Diko. Ich, äh, habe ein Problem. Ich, äh... Crouchen, hinlegen... Ja, aber so dran. F-U-Trütthalten, rechts... Action! Was ist da schon passiert? Player, Emotes. Du wirst gerade übrigens zu nehmen, das Ding. Ich war nicht schul. E-Crip. Näh, scheint nicht zu gehen. Carry. Gut, kannst du mich bitte mal, äh, irgendwie gemisch laufen? Boah, ich... Äh, äh, es gibt nichts. Äh, äh, ja. Was, jetzt darf ich nur dich da selber reinwagen? Ja, perfekt. Das, äh, ja. Hm. Ja, äh, gut. Jetzt haben wir beide so ein Problemchen. Ja, von kleineres bis, äh, größeres. Wobei, ich wacke mich, glaube ich, leicht raus. Ich brauche mir gar nichts rum, ich bin einfach hier typisch ein bisschen gefangen, ey. Da warst du vielleicht über vier, offensichtlich? Hm. Äh... Ja, gut, ich glaube, das war's. Näh, mir nicht. Gut bewegt. Ja, und... Frenz hat man gespielen. Mh, mh, ich... Oh, noch mal den ganzen Weg laufen. Ja, war nicht soweit. Das ist diesmal wo lang. Ich schaffe ja den ersten Job ja direkt. Mal gucken. Lesky, der Lamar. Ja, Lesky ist aber wohl schon mal komplett falsch, wo ich aufwachen soll, angeblich. Achso, das war das mit dem nach da jumpen. Okay, ähm... Da. Nein! Jump noch schräger, ey. Ich hab doch den Job nicht geschafft. Die Schule wär bei uns. Ich bin zu dritt. Ich lauf einfach weiter. Alter. Ja, wir sind hier lang da hoch. Ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Ich geh einfach mal links. Nein, 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 nicht links. Nicht links, nicht links. Ach, das war das da. Okay. Nicht nochmal, Nico. Äh, nee, hier rechts, hier zu lang. So. Das ist auch bestimmt viel einfacher. Was ich will gehen, der Schatz, aber egal. Ja, das denk ich mir auch schon so. Ich glaub, ich werd auch manchmal von dem bisschen angeschoben. Der kann ja vorlaufen, wenn er dann... Nee, den lass ich nicht vor. Okay, wir müssen uns runterfallen. Bei der nächsten Klippe schubst du ihn einfach runter. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht, als nächstes nach dem Stein hier, also... Da, wo du runtergefallen bist, dann... Ja, das stimmt. Du musst mal einfach auf eine Idee. Ja gut, wir werden jetzt einfach nicht runterjumpen und dann... Guck mal mal. Lass dir das, lass mir mal vor. Okay. Äh... Alter, der hat im letzten Moment noch den letzten Jump noch gemacht, zum Glück. Boah. Boah, jeje. Oh, ist der runtergejumpter Typ? Was ist hier runtergejump? Warte mal. Ich schau mal ganz vorsichtig. Man kann da hin, gegenüber, aber da will ich nicht runter. Wann soll ich runterjumpen? Ich bin hier doof, Allah. Neee. Wo ich da runterjumpen möchte. Aber andere will ich da runter, hier hinten runter. Ja, also hier auf keinen... Also eigentlich nicht. Also, ja gut, lass mal da... Guck mal da drüben, Nico. Da hab ich mit Teilplätzen, oder? Da hab ich mal diese Gitterstäbe. Aber da kommt man nicht durch. Aber, schatz, wie kommt man da weiter? Aber wir könnten vielleicht... Ja, wobei, es gibt ja wahrscheinlich keinen Weg. Äh, also an der anderen Seite nicht, oder wie? Ja, dann... Ja, würde ich sagen, die Seite, wo der Typ dort untergejumped ist, weil ich hier... Das kenne ich noch nicht. Wo ich da auch noch hin kann. Ist denn das einfach eine Sackgasse dort drüben, weil da ja auch gar nicht durch. Über die Gitterstäbe. Also, das ist gar nicht schön frei. Ja, okay, jetzt hat er mir noch nicht die Schiffe vor. Mhm. Soll ich nicht wieder erhöhen? Okay. Ihren würde ich sagen. Mhm. Keine Ahnung, wie so schick ist. Schauen wir mal. So, aber jetzt gehen wir hier runter. Oh, nicht so schnell. Alter. Oder ist das der Weg nach oben, wer verkackt hat? Ah, jetzt kann ich rausfinden. Keine Ahnung. Wow, ruhig schon nicht runter. Oh, hier ist eine coole blaue Sicht wieder. Ich weiß, was scheiße. Mhm. Dude, wo bist du hin, ey? Müssen wir erst da hin? Auf diesen Felsversprung? Könnte durchaus sein, aber irgendwie geht es da nicht weiter. Ich gehe vor. Ich kann nämlich, wenn die vorbei gerade. Da wird aber sonst ein blauer Licht. Ja, ja. Oder nochmal da, keine Ahnung, irgendwie. Ganz wichtig, Nico. Wenn du rüberjumpst, da oben gegen springen. Du hast einen Jump zu viel zu weit. Aber noch nicht. Okay. Noch nicht, weil ich weiß, dass er ist hier irgendwie weg. Mhm. Ich weiß aber aktuell auch überhaupt nicht einfach aus da oben. Ich weiß gar nicht, wo lang. Außer auf der unten halt der Tod ist. Da hätten Körper drauf. Da drüben kommt mir nicht durch. Was bringt? Da bist du, ne? Leute, ich weiß, wo lang? Hier ist richtig. Du musst auf die Fall hier oben dagegen springen. Ganz wichtig. Bitte verkack dich. Weil da unten ist mich der Zerkast. Du bist nach hier rüber. Das Ding ist nur... Oh, bitte verkack dich, Alter. Keiner muss beurten. Oh! Okay. Das wird echt... Der Sprung ist so adozial. Wenn du dich da oben gesprichst, fliehst du definitiv zu weit. Ja, sehr gut. Okay. Das willst du einfach wissen. Dann hier rüber. Die ganze Seite. Äh, ja, wissen. Ja. So, immer einzeln. Darüber kann man jumpen, wenn wir möchten. Ach, Leute, hier sind wir jetzt. Wow, wir kamen von da oben. Echt? Ja. Nein, 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 nein. Glaube ich nicht. Nee. Das ist... Weil gegenüber ist das Ding, wo wir herkamen. Wieder einmal auf der anderen Seite, als in der Höhle. Und wir hatten mit mir gerade nach der Wand rum. Das sah nämlich gerade so aus wie die... Warte mal bitte einen Schritt zurück. Ich glaube, wir sind zu nahe. Weil die Platte, wo du drauf spielst, du halt da... Ja, ich weiß. Also ich würde sagen, wir müssen da rüber, sagst du? Weil ich sehe gerade keine andere Möglichkeit aus, da hier irgendwo runter zu klitschen. Weil hier kann man... Ja, wobei, oder kannst du da hochklettern einfach? Nein, 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 ich möchte zu hoch. Okay. Ja, dann... Das kommt immer ziemlich hoch vor da drüben, oder? Oh, Alter. Nein, drei, 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 drei Spieler. Oh, nö. Mö mal nicht. Ja, okay, ich schaffe jetzt auch mal vor, ne? Jo. Mit der Funktionärer. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Also, das ist wohl jetzt lang. Okay. Nein. Go, 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 go. Aber es fliegt nicht ganz runter, glaube ich, oder? Nope. Äh, warte, jetzt muss ich nach... Ey, Nico, du hast recht, das hier ist falsch. Jetzt zack hast du. Also, das ist richtig, da, wo du hochklettern willst, müssen wir hoch. Okay. Okay, nein, ich muss jetzt nachher springen, okay. Uah! Gott. Okay, hier wieder hin? Ja, hier ist richtig bei mir. Okay. Ich kann hier hochklettern nochmal. Keine Ahnung, wo der Jude schon wieder hin ist. Aber egal. Oder bei einem anderen, keine Ahnung. Mach schon. Okay, so weit war ich noch nie. Auch per Videos oder so. Geil. Ja, hier haben wir zu hin. Hier, 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 wo ich nicht. Ah, okay. Gut. So, okay. Und jetzt so? Keine Ahnung. Oh. Ja, schön vorsichtig zu laufen. Ich müsste das in mir. Ich habe auch runterzufallen. Oder mal alles zu laufen, ob der von Anfang an. Da kann man mittel hoch. Guck mal, ist man da hinter dieser Absperrung, oder so. Oh nein. Ah, dahinter. Ich habe gesehen. Ähm. Ist das, was ich sehe? Nee, also klar, das ist dieses Gitter halt, was wir... Ah ja. Da ist eine Platte. Ich glaube, wir müssen da drauf. Und das sieht echt scheiße schwer aus. Im Sinne von, man fällt bestimmt runter. Ja gut, wir können dann halt nach rechts jumpen. Ich probiere es mal. Auf die Platte drauf. Ja. Nein. Warum denn da hin? Nicht da hin? Ja, auf die Platte halt drauf, aber wo ist das nach rechts? Ja, weil ich sonst befürchtet habe, dass ich links zu weit fliege. Aber auf der Platte rechts, rechts, rechts und runter kannst du gar nicht stehen. Ich hoffe, du kommst irgendwie wieder da weg. Ja, ich habe gedacht, dass ich da drauf stehen bleibe, aber no. Ja, hier ist noch mehr Platten, ich spreche mal nicht zu weit. Äh, wo bist du und wie kommst du zu mir? Äh, ich glaube, die Antwort läuft einfach gar nicht. Ich glaube, wenn man hier ist, dann war es das. Ernsthaft. Ich spack mich durch die Gegend. Oh nö. Und hier komme ich nicht durch, weil hier eine unsichtbare Mauer ist. Ne, ich glaube, das war es. Ich kann mal... Oh Gott. Ei, 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 ei. Also ich bin jetzt wieder da, wo der Typ aufgespiechst wurde und wo wir uns dann umgebracht haben. Aber nee, nee, du musst dich nicht umbringen, du kommst davon aus hoch. Ja, ja. Dann komm mal, ob du hochkommst wieder. Oh Gott. Oh, nicht fest zu backen, bitte. Na ja. Du musst erst hier rüberjumpen, glaube ich. Jetzt. Okay. Oh mein Gott, ich will hier springen. Das ist ein Problem. Ich bin fast da runtergerutscht, wo du reingerutscht bist, ey, weil ich den Schlammzeug nicht geschafft habe, ey. Ja, knapp, aber ja. Oh, Alter. Ich laufe ja schnell. Ups. Ich meine, das stimmt. Das war das, wo wir zu dritt hier standen. Ja, das stimmt. Das war das, wo wir es nicht... Ja, jup. Oh Gott. Mit dem Jump geschafft hast du ja, aber du warst schon da perfekt. Ja. Geht gerade schon wieder irgendwie, kann man mal laufen. Boah, also ich werde jetzt mal langsamer einen Stand zum Laufen, weil das mit dem Öffertjumpen ist... Ja, das ist schneller. Was hat der gerade bei dir mit dem Mikro... Weiß nicht. Aber es geht wieder scheinbar. Gut. So, ich knapp mal vor, ne? Ach genau, auf die Platte springen. So, ja, genau. Und vorher die Schließkeit wieder hochzuschrauben, dann springt der, glaube ich, vielleicht nicht so weit, I don't know. Jup. Ohne Rennen habe ich es gemacht, einfach nur jumpen. Ohne zu rennen. Okay. Naja, weil ich gucke jetzt mal, wo ich da rüber... Okay. Dann hätten wir da rüberjumpen. Okay. Aber schaue ich das einfach von hier an? Ja, ja. Ja. Das sieht schlecht aus, scheiße. Alter. Du bist bei mir auch gar nicht gejumpt? Ja, doch, das bin ich, aber ich war nicht gerade schnell. Ohne sieht das geil aus. Wo bist du? Äh, jetzt halte ich schon wieder hier. Ganz unten schon wieder? Ja, nein, ich bin wieder beim Stahlträger. Oh, scheiße. Ja, aber nicht ganz unten, oder? Warte, genau, vielleicht kann ich da nochmal hinjumpen. Weil ich, selbst wenn ist es, dann, vielleicht kannst du noch einmal testen, aber danach versau ich auf alle. Ich bin absolut ewig aus, wenn du hier wirst, wo ich stehe. Ich schaue schon ein bisschen um, wenn es okay ist. Ja, klar. Äh, aber ich glaube, hier geht es eh nicht weiter. Oh, bitte. Äh, wenn ich jetzt eine Ahnung hätte, wo lang, wenn ich hier schon war, doch darunter, ja doch. Genau, dann da drauf, okay. Oh, toll. Weg, Junge. Kresse. Ja, da hoch. Wie viele Dauscher hast du noch? 35 Prozent. Ich auch, okay. Ja, nichts einfacher als das. Lass uns heute ein bisschen früher ausspringen. Das würde auch gehen. Oh, fisch. Das kann nicht wahr sein. Alter, und schon wieder bei der Platte. Was schaffst du denn die Dumpf nicht? Das war gar nicht so schwer. Das Problem ist, du musst sehr früh abjumpen, sonst springst du einfach nur komplett nach unten. Das kann sein. Also, nicht zu früh, nicht zu spät. Also, du musst ein bisschen laufen und dann jumpen. Wenn du zu wenig läufst, hat er kaum Speed drauf. Wenn du zu viel läufst, fliegst du einfach nur so runter. Ja, Nico, du fährst deinen Weg, ne? Ja. Oh Gott. Hallo. Ich möchte ja, ja. Lutsche. Ist quasi da? Ja, genau. Jetzt bin ich wieder beim Stahlträger. So. So, Nico. So, ich will nicht springen. Okay. So. Jawohl. Jetzt habe ich es. Guck mal hier hoch. Guck mal hier hoch. Guck mal hier hoch. Ja, langsam. Guck mal. Nach da. Ja. Nach da. Ich habe noch eine Leiche da oben, aber jump mal nicht herunter. Ich kann mir hochklettern und gehe jetzt nicht direkt. Oder oder oder. Wo ist eine Leiche? Da oben links, rechts beim roten Licht. Du siehst nur, wenn du da unten stehst. Also, die Schrift sind da unten. So, wir müssen. Aber ich glaube, dass da drüben einen nur verarschen soll. Ich glaube, das schafft man nicht. Das ist viel zu weit. Das könnte sein. Bis zum Anfang, glaube ich. Äh, aber ich eher glaube, da drüben müssen wir. So, da über den, äh, über das Zeug drüberwürfen muss. Nur einmal von hier aus. Da hin. Okay. Dann, let's go. Ich bin jetzt mal mit Anlauf. Definitiv, die zweite. Oh mein Gott. Guck mal wieder hoch. Ah, okay. Also, warte, wir müssen springen, Nico. Okay. Zu weit geht nicht. Zu wenig, eventuell. Ja. Ich bin eins unten drunter gelandet, aber ich weiß nicht, ob die Wehre da. Ja, da war noch nur Platz. Das sieht aber aus wie eine Stelle, wo wir schon waren. Ja. Oh nein. Ey, Nico, kannst du den Weg, ne? Die Platte da unten. Äh, wo gehst du lang? Scheiße. Hier ist falsch. Über, ich war ja schon, gefühlt, 30 Mal. Folgt mir einfach. Ja. Ja, das muss ich nicht. Bleib. Das sah richtig aus. Ja, ja, das ist ja. Ich war, aua, ja, 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 ja. War ja nicht dein Fehler. Musst du da runter? Ja, müssen wir. Warte, ich, kein den Weg, tschüss. Alter, ich hasse es. Ganz am, nein. Du musst dich da umgegangen, das darf ich raten. Ja. Ich bin links vorbeigejumpt. Irgendwann war das so schnell gelaufen. Ja. Ja, gut, das ist ganz ehrlich, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber ich, ja, auf jeden Fall die großen Doktor Open-Nummer. Äh, auf jeden Fall noch mal probieren, ob ich da rüber kämen würde. Ob das so weit ist. Ja. Ach, guck mal, easy hier drüben. Aber ich komme jetzt da ganz rüber, Junge. Soll nicht denn er sich da rüberjumpten soll, oder? Das ist hier keine andere Möglichkeit. Ich twilight jetzt. Hm. Das klappt. Mit drüben. Man kann ja durch die durchstampen. Ich mach's noch mal weiter, bis ich halt krepiere, oder halt ich weiterkomme, ob das nicht sicher ist. Ja, klar. Ähm, das Ding, das ich jetzt eh krepiere, hat absolut keine Ahnung. Ach, Typ Uffel, Mensch, stimmt, ja. Ja, eventuell. Hier geht's weiter. Ach, Typ Uffel, Mensch, das muss ja direkt drauf. Ja, noch Möglichkeit. Dann schwören wir das. Kann schon schief gehen. Oh, Typ Uffel. Du hast echt schwere Jumps hier danach. Okay. Glätter doch. Mit dem Ball, naja. Mit dem Akku. Vielleicht, ich muss mich auch noch weiter. Schon gern. Wenn ich nicht die Okkip hier irgendwie reinhauen. Oder geht's auch weiter. Wie lange geht's mit dem Weg hier? Sieht mir einfach aus. 8% Sauerstoff noch. Ich werde zu sterben. 7%. Und deswegen wird's ja noch schlimmer. Was ist das denn hier? Der Fuck. Ob ich was? Und blimmig ist gerade nur, ich weiß nicht, wo lang? Wie immer, Nico, oder? Ja. Alter, ich bin wieder rüber. Also rüberjumpen kann ich nicht, oder? Nee. Nicht hier irgendwie hoch? Noch Husana? Oh, mein Gott. Äh. Wie komme ich jetzt? Da werden schon irgendwo Stochnarge gegenüber lang. Und nicht hier lang. Komm ich hier drauf. Ja. Ja, das war ein Fall in dieser Stochnarge. Das war einfach eine Sackgasse hier. Okay. Ja gut, ich meine schon mal für dich. Alter 12 Sekunden ich darf raus Junge. Das ist Witz, das hat geleckt. Und du bist runter gefallen? Ja ja, aber nicht ganz soweit. Aber 4% schaffe ich deutlich noch mal da hoch. Hoch. Ja gut dann werde ich grad noch warten. 3%? Doch ich darf nur mal machen. Jetzt hab ich hier auf einen Stein rumgepackt. Okay, ich dachte ich hab das auch geschafft. Das ist die letzte, das ist in der Kasse. Das ist gut zu wissen. Ah, ich bin sogar zurück gejumpt. Oh mein Gott. Okay, würde ich einen Jump noch gerne probieren. 3% ist bestimmt Schaden geworden, Alter. Aber ich bin nicht direkt, jetzt mit Glück. Wenn das auch schon flair ist. Mhm. Direkt nicht instant. Aber so gut wie. Der hat auch da hoch. Alter. Hier komm ich nicht hoch. Ich würde den Jump doch rüber. Das klappt. Wird locker unterfallen. Weil wie? Oder muss ich hier rechts irgendwie lang? Ach so, mir fällt gerade auf. Macht es überhaupt Sinn, dass ich für dich meine? Weil, nur je nachdem ob wir noch weiter SC spielen oder nicht. Ich würde schon noch eine Bündung, aber vielleicht, ich würde schon noch eine Kleinigkeit machen. Okay, gut dann. Ja. Das ist absolut richtig gewesen. 1%. Keine Ahnung wie es so weitergeht. Aber ich weiß wo, 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 so ein Stück schon noch. Ich stamp ganz runter. Hallo da unten, du Dudes. Juhu, hallo. Ich stamp an dir vorbei. Aua. Ich bin neben dir gelandet. Und grüne Zeit runter. Tschüss. 0%. Egal, ich will nicht an Tauscher verrecken. Wir verrecken an grüne Säure. Keine Ahnung was. Nice. Ja, sollte das eigentlich da sein? Oh, ich habe meinen Helm nicht an. Helm. Wo hast du den Helm nicht an? Und dann los? Boah, das ist knapp. Jo, ich habe 27 Leben. Ja, gut, gut. Dann tschüss. Ähm. Ich habe ihn ausgezogen, weil ich was getrunken habe. Ich würde einfach mal was trinken. Und ja. Ja. Dann gibt's den nächsten Try. Oh, drei Stunden. Pass auf. Das ist ein Problem. Oh Gott. Wie lange hast du noch? Gute 41? Oh. Na gut, war ja eigentlich klar. Weil du hattest 40 Minuten als ich. Das ist doppelt schon. Wo kann man meinen? Und da ich jetzt raus darf. Äh, ne? Hey, warum gehst du einfach hier runter? Ein Behindert? Warte, okay, ich habe einfach einen Tod. Egal. Tschüss. Gut, wenn der möchte. Jo. Ich lebe ja noch. Oh, doch nicht. Auf need? Wir machen ja weiter. Vielen Dank.